Musik Wir singen Wir kommen nun zur Ehrung durch den französischen Volk ausverbraucht Begrüßten darf ich den Abteilungsreiber Spielfliege Ist das schon so weiterhin Meister geworden Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von unserer Seite Sehr gut, da seht ihr schon, da stehen noch ein paar Tanke drin, hier bereit Wo ist euer Kapitän? Ihr gleich Von uns auf die Meistertafel Und wir drücken euch den Augen Wünscht euch für nächste Saison in der Oberliga Dass wir auch nochmal eine Superrunde spielen Glückwunsch Und nun das Lied, das in jedem Schaktor bei meiner Meisterschaft läuft Dann kommen wir noch mal Because you Und auf das Lied Und auf das Lied Und auf das Lied We are the champions! We are the champions! Luka, 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 we are the champions! So, und hier haben wir unseren Meistertrainer, Christian Glirow! Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben. Vielen herzlichen Dank! Ja, zur Saison geht Folgendes zu sagen. Ich denke, wir haben diese Verwahrung über uns gespielt, vor allem die Rücksergie umgeschlagen werden, wie es der Niemann schon gesagt hat. Allein das Vorfeld lag schon alles aus. Ich bin unheimlich stolz auf diese Mannschaft, auf dieses Team, auf meine Teuerschaft, der Team, genau, auf die verantwortlichen Vorvereine, die uns bei allen unterstützten U23 hat wirklich sehr Wertigkeit gewonnen. Ich kann auch eines sagen, ich freue mich vom ganzen Herzen und hoffe jetzt, dass meine Kleine vielleicht das nicht mehr da hat. Keine Ahnung! Was? Total, total, total! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 hey! Hey, hey, hey! Alles, wir ziehen schon mal eine Woche. Mit der Lüge hat die Arme, die Thürmer, die Schulze, und möchte ich mir noch mal an dir ab. Vielen Dank! Das ist Herr Bliebould. Er kommt da auch noch auf unserer Kennetag und Marschau. Und mein Hinterkurser, das ist Herr Bliebould, die Kinder feiern, zu feiern. Und ein Herr Bliebould! Und ein Herr Bliebould! Es ist ja bei der Gemeinde Marien Kracht seit der Beineinigung und verlängert um vier Jahre. Da sieht man ja vor allem zehnfach fisch, und leistet eine hervorragende Arbeit. Das sind ja sogar in Zukunft, nach der Ende der Probenerriere vorgestellt, so als Trainer zu arbeiten. Ist das jetzt eine Erfüllung für die jetzt 20 Jahre? Das wird manchmal gehen, aber ich fühle mich frei, mich hoch, in dem Job, gerade mit so einer tollen Mannschaft, und du hast unheimlich viel Spaß. Und ich habe ein großes Dank an die Verein, dass wir die ja wirklich verhindert haben. Das ist für mich eine große Anerkennung, die wirklich auch zurückzahlt. Vielen Dank, Christian! Einen Applaus, der Zuschauer natürlich. Vielen Dank! Ich feiere jetzt noch etwas und habe es euch verdient. Und im August geht es die Gurke los, die da oben eingeladen. Ich glaube, wir haben eine tolle Saison vor uns und wir freuen uns, und wir freuen uns auf uns auf uns spielen. Vielen Dank, Christian! Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich herzlich bedanken, für die Verkommung, wünsche Ihnen einen guten Applaus, ein schönes Oberdele, und wir sehen uns bei mir in zwei Monaten, hier im Arbeitsstadion, bei der zweiten Bundesliga und bei der Oberliga. bei der Oberliga. Applaus und bei der Oberliga. bei der Oberliga. In der Oberliga. Das ist kein Problem. Ich habe das. Ich habe das. Warte, ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das.